In der regnerischen Nacht vom 21. auf den 22. August 1980 starben zwei junge vietnamesische Geflüchtete bei einem Brandanschlag auf ihrer Unterkunft. Ich dachte, in Deutschland wärst du von der Bombe sicher. Und dann? Tutten sie dich hier. Vergessen wir auch nicht. Dass große Teile unseres Volkes das Flüchtlingsschicksal erlitten haben. Wir sind nicht mehr länger von einem bestimmten Ort. Wir waren doch nicht die Sieger der Geschichte. Das andere Deutschland hatte das Rennen gemacht und immer frei nach dem Motto Ihr Ostdeutschen, ihr habt doch da drüben eh bloß eure Zeit abgesessen und wart nicht produktiv. Genau wie die Migranten. Ich war doppelt fremd. Mein Deutsch war anders als das der Ostdeutschen und mein Vietnamesisch anders als das der Nordvietnamesen. Ba mär konn phải là người rời bỏ Quay Hương. Đây là một nỗi đau rất lớn đối với ba mär kon. Kon, kon hong ko được chơi với người bắt. Am Abend kamen die jungen Männer in unsere Bar und prallten. Heute hat mir richtig Spaß gemacht. Wir haben die Siköne weggejagt. Aber dich fassen wir nicht an. Du stehst hier und bedienst uns. Sie haben aber dann am 24. August das Sonnenblumenhaus angegriffen. Kurz nach Beginn der Krawalle erscheinen 30 Polizisten, doch sie werden von 150 Jugendlichen brutal zusammengeschlagen. Die Rostocker Polizei hat 1100 Beamte, doch sie sind nicht da. Auch in den nächsten Stunden werden keine zusätzlichen Streifenwagen zur Verstärkung geschickt. Erst gegen 2 Uhr morgens treffen zwei Wasserwerfer ein. Aber die Vietnamesen haben sich nie beschwert. Blieben stumm. Blieben dankbar. Grüßen. Und bedanken. Sehr schön.